Hallo, in dem heutigen Video werden wir Drucksensoren besprechen, die in Getrieben wie dem DQ301 und DQ500 von Bosch verwendet werden. Was passiert mit ihnen und warum hatten sie anfangs eine Serienfehler? Ich lade sie zur Präsentation ein. Hier haben wir einen typischen Sensor, der zum Beispiel in einem DQ250 Getriebe verwendet wird. Wie ist er aufgebaut? Die gesamte Elektronik ist in einem Kunststoffkörbchen untergebracht, das mit einem O-Ring abgedichtet ist, der im Laufe der Zeit Öl zum Steuergerät durchlässt. Dann gibt es hier eine porzellanartige Platte, bestehend aus zwei Schichten. Eine Schicht hat etwa zwei Zehntel Millimeter, auf der Widerstände aufgesprüht sind. Hierhin gelangt der Öldruck und erbiegt diese porzellanartige Platte. Dann ändert sich der Widerstand. Diese Information über die Änderung des Widerstands gelangt zu einem einfachen Prozessor, der es dann berechnet und das Spannungssignal direkt an das Getriebesteuergerät sendet. Welchen Nachteil hat dieser Sensor? Erstens beginnt die Dichtung im Laufe der Zeit, Öl durchzulassen, wie ich bereits erwähnt habe. Zweitens ist es, da es ein Widerstand ist, nicht gegen Temperaturänderungen resistent. Dies sind pizoresistive Faktoren, also wenn das Medium, also das Öl, hier bei 100 Grad eintritt, wird die Ausgabe dieses Sensors anders sein als bei 20 Grad. Und diese Abweichung muss in der Getriebesoftware ausgeglichen werden. Hier haben wir einen Beispiel Bosch-Sensor, der zum Beispiel in Getrieben DQ381 und DQ500 montiert ist. Was ist der Unterschied zum Vorgänger? Das Öl gelangt direkt durch ein kleines Glasquadrat zum Druckberechnungssystem. Was ist hier der Vorteil? Das Widerstandssystem wurde eliminiert. Das heißt, bei 100 Grad ist der Druck derselbe wie bei 20 Grad. Es ist nicht erforderlich, diesen Widerstand auszugleichen. Aber was ist der Nachteil? Und warum zeigen diese Sensoren einen Minuswert? Da es ein Problem mit dem Kleben oder Verbinden und Verformen dieser Materialien gibt, das heißt des Systems zu diesem Glas oder eines anderen quadratischen Materials, durch das das Medium fließt, nämlich das Öl. Es kommt zu einer physikalischen Verzerrung, wodurch diese Sensoren in den Minusbereich geraten. Leider kann dieser Prozessor nicht über die Anschlüsse dieses Sensors kalibriert oder zurückgesetzt werden, da er dort ein eingebautes Programm hat, daher muss der Sensor ausgetauscht werden. Jetzt werde ich Ihnen von den Sensorgenerationen erzählen, die Bosch bereits für diese Steuergeräte verwendet hat. Dies ist die erste Generation des Sensors, die heute noch im Handel erhältlich ist. Vorsicht ist geboten. Was zeichnet es aus? Epoxidkleber von oben in schwarz, original von Bosch, hergestellt ab 2016 mit einem Serienfehler. Der zweite, angeblich von Ihnen verbesserte Sensor hat ein anderes hinteres Gehäuse, also die zweite Generation. Auch alle Aufschriften sind original von Bosch, ohne QR-Code. Das war ungefähr im Jahr 2018. Die letzte Produktion, die wir für Reparaturen verwenden, hat also einen QR-Code, den Sie mit einem Generator von der Website entschlüsseln können. Und die Originalaufschrift von Bosch. Diese Sensoren verwenden wir zur Reparatur Ihrer Steuergeräte. Es gibt auch chinesische Sensoren auf dem Markt, sie haben eine andere Form. Sie funktionieren etwa zwei, drei Monate. Ich gebe sie gerne kostenlos ab, wenn jemand möchte. Ich habe ein paar Stück davon. Und das letzte, was ich gesehen habe, ist fast eine Nachahmung der originalen Bosch-Generation, hat aber eine andere Aufschrift hier. Und es hat kein Bosch-Logo, sondern einen QR-Code und sieht von oben genauso aus. Ich habe diesen Sensor nicht überprüft, also werde ich nichts dazu sagen. Ich hoffe, ich habe Ihnen die Arbeit dieser Sensoren und ihre Funktionsweise, sowie worauf Sie achten müssen, wenn Sie Ihr Steuergerät zur Reparatur abgeben, näher gebracht. Ich lade Sie zu weiteren Videos ein. Bis zum nächsten Mal.